Ja, Trainermarkt, da ist weiterhin viel los. Dino Topmöller wurde jetzt gerade offiziell verkündet, ist seit einigen Wochen schon so gut wie klar. Jetzt auch die offizielle Nachricht, dass er zu Eintracht Frankfurt wechselt als Glasner Nachfolgervertrag bis 2026. Herr Reif, überrascht es Sie, dass der Co-Trainer von Nagelsmann schneller einen neuen Job hat als Nagelsmann selbst? Jetzt hör auf. Nagelsmann verhandelt schon anderswo. Der hätte Frankfurt auch haben können, meinen Sie? Den hätte Frankfurt auch. Ja, er hätte Frankfurt. Er hätte zusagen können, dann wäre es für Dino schwer geworden. Aber der ist auf einer anderen Wolke unterwegs, zu Recht auch. Für Dino ist das nicht die erste Station. Der war in Luxemburg erfolgreicher Trainer und Nagelsmann. Da ist vieles nicht gut gelaufen bei den Bayern. Aber der ist ja nicht verrückt, wenn er sich einen holt in der Position. Und wenn man gesehen hat, wie er von den Bayern-Stars behandelt wird und wie er mit ihnen umgeht, Topmöller meine ich, das hatte schon was über den Hütchenaufsteller mit allem Respekt weit, weit darüber hinaus. Also, dass das in dem Nagelsmann eingesehen hat und sieht und andere jetzt, die Frankfurter, versteht sich von selbst. Und auch das ist das Schöne bei Fußball-Bundesliga und der Geschichte. Genau vor 30 Jahren war ein gewisser Klaus Topmöller Trainer bei der Eintracht und wurde Herbstmeister, bevor er dann im April gefeuert wurde, weil es nicht weiter Richtung Meisterschaft lief. Das war die Saison, die uns das wunderbare Okoccia-Tor beschert hat. Heute noch ein Klassiker gegen Oliver Kahn. Es ist einfach, Fußball-Bundesliga ist so herrlich, oder? Es tauchen alle Namen, in welchen Beziehungen auch immer, erneut auf. Ja, was sagt uns das? Topmöller war schon mal da. Mit Herbstmeister könnte Dino sicherlich auch gut leben, auch wenn es eher unwahrscheinlich ist. Eher unwahrscheinlich, aber es waren andere Zeiten. Dennoch ist das, finde ich, für ihn ein prima Schritt. Total. Der Eintracht traut sich was, nimmt einen ohne die große Erfahrung, aber setzt auf das, was an Potenzial offenbar bei ihm klar ersichtlich ist. Und warum soll das nicht funktionieren? Und wenn es nicht funktioniert, dann werden wir es hier besprechen, warum es so gekommen ist. Ja, das ist nicht die einzige Bewegung auf dem Trainermarkt, denn in Gladbach war ja auch eine Stelle frei geworden, weil man sich von Farke getrennt hat. Der wiederum jetzt schon bei Leeds United, Absteiger aus der Premier League und auch Celtic Glasgow, im Gespräch ist. Und Gladbach hat einen Neuen, der vor kurzem auch in der Bundesliga an anderer Stelle aktiv war, Seguane zuletzt in Leverkusen gewesen. Und wir hören mal rein, wie er Gladbach als Verein mit all seiner Größe bisher wahrgenommen hat und was er alles vorhat. Zuerst einmal kann ich den Borussia-Weg zu 100 Prozent mit meinen Gedanken vereinbaren. Ich habe eine ähnliche Sichtweise, wie der Fußball aussehen soll, den wir spielen wollen. Natürlich auch die Größe des Klubs, ein Traditionsverein mit einer unglaublichen Fanbase. Ich habe natürlich eine gewisse Affinität auch zum Klub durch die vielen Schweizer Spieler oder Trainer in der Vergangenheit, aber auch schon öfters mal hier bei einem Spiel. Und das war immer beeindruckend, was hier für eine Stimmung auch herrschte. Natürlich auch die Bundesliga, bin ehrlich, die Erfahrungen im ersten Jahr in Leverkusen haben uns im Staff, aber auch der Familie extrem gefallen. Die vollen Stadion, die hohe Leidenschaft, die in der Bundesliga auch herrscht. Klingt für mich im ersten Moment passend. Ja, weil sie ja auch praktisch alles auf Null gestellt haben. Oder sind dabei, es zu stellen. Gerade zweimal Platz 10 auch nötig. Nein, das ist eine der größten Enttäuschungen gewesen der letzten Jahre, Gladbach. Weil sie ja immer wieder auch Ausreißer nach oben hatten. Und da hat man gesehen, was durchaus denkbar und möglich wäre. Zum Beispiel sie ständig die Bayern schlagen zwischendurch. Zum Beispiel. Und danach wieder eine, da belegte sie, irgendwie war da alles in der Sackgasse. Und daraus, dass er mit jungen Spielern gut kann, das hat er schon in der Schweiz gezeigt, bei Jan-Burz Bern, dass er von einem Namen, Jan-Burz Bern ist in der Schweiz eine große Nummer, keine Angst hatte und jetzt Gladbach, also ich sehe da, ich habe da keine großen Bedenken, Garantien gibt es nicht. Und Leverkusen mal rausfliegen, sagt ja jeder Trainer, du musst richtig mal auf die, bei ihm ging alles immer so. Könnte ich jetzt seinen Weg, weil ich in der Schweiz wirklich ihn beobachtet habe, könnte ich ihn jetzt so zeigen, ging immer so. Immer einen Schritt weiter. Leverkusen macht mal Batsch. Und Batsch ist, wie erfahrene Trainer sagen, wichtig. Da lernst du mehr daraus, als mal wieder nochmal irgendwo neu reintänzeln, sondern da nochmal wieder auf sich selber zurückgeworfen. Ich glaube, dass er da viel gelernt hat. Die kurzfristige Erfolgsperspektive bei Gladbach schätzt er eher defensiv ein. Hier nochmal Seohane zum Thema internationale Plätze. Die Mannschaft weiterzuentwickeln, Werte vorzuleben, zu erarbeiten mit dem Team. Und ich glaube, wir tun gut daran, Schritt für Schritt zu gehen. Natürlich sind wir alle immer maximal ambitioniert und alle Klubs, alle Trainer wünschen sich, international zu spielen, ganz klar. Aber ich glaube, dass das für den heutigen Tag, für die momentane Situation, wo wir stehen, noch kein Thema sein darf. Ist das zu defensiv, zu sagen, wir sind gerade nicht international qualifizierungstauglich? Es ist nett, hat er nicht gesagt. Er sagt, gern, ambitioniert sind wir, aber im Moment sehe ich das nicht. Und erst mal gucken, wie wir das hier auf eine Basis stellen. Denn sie müssen wirklich neu anfangen. Also immer nur der Gladbacher Weg und Tradition und das ganze Gelaber war auch viel zu viel so bei Gladbach. Man hat Dinge vor sich hergetragen und mit sich rumgeschleppt, die dann auf dem Platz nicht gelebt wurden. Von dem Kader, den sie sich da gebastelt hatten irgendwann mal. Und der auch müde und satt wirkte. Und jetzt neu das Ganze aufstellen und dann Schritt für Schritt zu gehen, ist realistisch. Vor ihm waren ein, zwei Trainer, die haben mir erzählt, was sie für einen unfassbaren Fußball spielen wollen und wie alles anders werden soll. Also, ist er nicht so doll gekommen. Deswegen, ich höre ihm gern zu. Er scheint zu passen, aber mehr können wir heute am 12.6. nicht erwarten. Bald geht die Liga irgendwann wieder los und dann, hallo, gucken wir mal, was Gladbach spielt. Also, mit Topmüller ein neuer Cheftrainer bei der Eintracht mit Ceoane, ein neuer bei Gladbach.